Alle Ikons in FIFA 18 mit ihren Werten findet ihr hier in der Liste. Das sind alle Ikonenkarten in Foot18, Ultimate Team, auf PS4, Xbox ohne, PC und Nintendo Switch. Die Ikons, die Ikonen, werden in Foot18 bedeutender als jemals zuvor. Denn es gibt nicht nur eine Ikons-Edition für FIFA 18, sondern zum ersten Mal sind die LEGENDEN, wie die Ikons früher hießen, nicht mehr Xbox-exklusiv. Das heißt, die Ikonen sind jetzt auf allen Plattformen, PS4, Xbox ohne, PC und Switch, verfügbar. Mit den Ikonenkarten bringt EA Sports bekanntes Star-Fußballer zurück auf den virtuellen Rasen, die in der Vergangenheit herausragende Leistungen gezeigt, und auf der Bühne des Weltfußballs bleibende Eindrücke hinterlassen haben. Inzwischen sind diese Spieler nicht mehr als Profis aktiv. Von jeder Ikone gibt es in Foot18 jeweils drei Karten mit unterschiedlichen Ratings und Werten, die verschiedene Phasen in den Karrieren der ehemaligen Profis widerspiegeln. Die drei Ikonenkarten desselben Spielers besitzen jeweils eigene Bilder und können übrigens auch unterschiedliche Positionen haben. Diese Neuerung nennt sich Foot-Ikons S-T-O-R-I-E-S. Aber welche ehemaligen Spieler sind denn Ikonen in FIFA 18 Ultimate Team? Hier ist die vollständige Ikonsliste.